Heute zu einer kleinen Runde Warfare auf der wunderschönen Karte Omaha Beach, freue ich mich schon wahnsinnig drauf, habe ich lange nicht gespielt, habe ich jetzt gute Gegner gegen mich, wird bestimmt eine witzige Runde. Hallo, ungefähr bei einer Minute, spätestens bei 50 Sekunden muss ich losfahren. Weiß nicht genau wie lange ich brauche bis zur fertigen Border. Du da hinten im Wasser, ich werde dich nicht mehr mitnehmen können. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist Ihr, 50er. Ich bin Ihnen ein round, Willy Peter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hab ihn Ich bin tot Was ist das auf der Infanterie oder was? Ja Ich bin tot Ich benötige mal Vorräte an meinem OP, damit ich eine Garni bauen kann Ich baue Supplies am Punkt, please Ja, ich komme zu Potter Danke, Spielmonster ist schon Ich kann es direkt am OP ablegen, ich baue dann eine Garni Leg einfach ab Bin bereit Garni steht Oh, er gönnt sich Er gönnt sich Er gönnt sich Ultimativ Die Panzer gönnen Absolute Vollgönnung Doofe Panzer, ey Scheiße, aber meine Garni steht gut, ey Die hab ich da schön im Größe platziert Die sieht man so gut wie gar nicht Und meine OP steht ultra schlecht Ich hasse diesen OP hier hinter einer Mauer Was bringt der? Nichts Geht mir aus dem Norden ran Da schießt die ARTI drauf Okay, die gönnt sich da jetzt auch Die wird da weiter drauf polzen Weil die zwei getötet hat Sehr ich ARTI bei dem Game hier vermisst hab Gute ARTIs, die permanent auf ein und dieselbe Ecke ballern Damit du auch ja keinen Meter gehen kannst Ah, ich hasse ARTIs Können die Spotte die Artillerie von denen ausschalten? Okay, Will Okay Nein, der hat mich überrascht Shit Er ist tot Krieg grad gut reingedrückt 0,54 Tode, 2 Kills Ich krieg hier hat echt gut einen reingebuttert Wir sind abgebaut Irgendwann hier ist auch weg 1,5 3,4 2,3 2,3 2,4 Man ey Ich kriege jedes mal ARTI ey Entweder ist das feierliche oder irgendwie 2,4 2,4 2,4 ... 3,4 ... 1,4 8,4 ich färbt ein feindlicher panzer im süden gerade richtung punkten pz4 bräuchten wir mal einen atler südlich von unserem op vorsichtig ein pz4 kommt auf euch zu autonet von der straße aus er fährt über die straße oben zwischen e4 und e3 direkt auf der linie ja ich versuche gleich mal einen marker zu setzen aber mein spawn-time ist sehr lang mit geblockt Wir haben hier irgendwo einen Sniper, den wir hier hin Kommander, der Infanterie, äh, der Ghanimar kann weg, dann Hm Biss Tiger fährt die Hauptstraße runter Also nicht die Hauptstraße, sondern die wie hoch Äh, wir brauchen's Und die Hauptbahnhof Und die Hauptbahnhof sind Vorzeug, da sind die Spiele vor. Keine Winsung. Wir leben uns. Puma kommt auf der Hauptstraße von der Kirche. Arschierung Volk. Leitvehikel. Mike. Mike, vorsichtig um das Westen. Zwei Pumas. Leitvehikel. Easy. Sherman schnell links drehen. Sherman schnell links drehen. Puma von der linken Seite. Der Puma kann Sherman eigentlich nicht killen. Ach so, der Puma. Ja, der... Äh... Puma? Sherman. Puma, nicht Panther. Puma. Der Kleine. Also, kann der ihn nicht töten. Der Kleine Panzer. Eigentlich kann der kleine Panzer den Sherman nicht töten. Aber gut, was weiß ich schon. Ein Puma raus. Zweiter Puma fliegt. Zweiter Puma fliegt. Ist nach dieser Leiter hinten gebrochen. Danke für die Spots. Der kommt wieder. Danke. Bitte im Süden von meinen Außenposten einmal Vorräte droppen. Zweiter Puma raus. Ja. Der Typ hat hier einen Arm verloren. Äh... Atomnet. Äh... Der Medium, der kann jetzt auch Smokes verschießen? Ja. Okay. Der Medium kann schon immer Smokes verschießen. Back-at-at-at-at-at-at-at-at-at. == Hä? == Okay. Se100er der communities ist doch bei uns. Ich verstehe nicht genau, was er callt. Haben sie aus dem letzten Kit des Engineers die Satchel rausgenommen? Naja, du hast mit Ami immer mit der... Entweder mit der Shotgun hast du eine Satchel oder mit der MP, mit dieser komischen Gambling. Feindlicher Panzer 4 auf Able Tank Markfett. Genau, mit der MP hast du es noch. Ja, aber mit der Shotgun hast du es noch, oder? So. Das ist ja normal. Spawn, ich hab den OP ganz nah ran geraten. Da ist der Lux, jetzt noch mal vorne. GG. GG. Ja, ist durch. Und das war kein Blitzkrieg. Das ging jetzt wirklich flott. Da ist ja das Blut. Mhm. Das ist ja nicht gut. Blut, Blut, was ist denn da? eine schöne kleine runde auf der neuen karte die gefällt mir sehr gut die karte ist nice oma warfare ist gut gewoffene granaten 3 nahkampf tötungen 0 abgefilter 142 ganz schön viele präzision 20 prozent ist nur die thompson spannend spannend wenn es euch gefallen hat lasst ein like oder ein abo da bis zum nächsten mal